Liebe Weltbildkunde, ich freue mich mega an euch, mein neues Buch Love Yourself, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, kurz vorzustellen. In diesem Buch hat es viele Übungen drin, so wie du alte Gedankenstrukturen, alte Glaubenssätze und auch Sachen von deiner Kindheit erkennen kannst, die dich heute daran hindern, dass du quasi in die Selbstliebe reinkommst. Wir alle wissen ja, dass wir eigentlich erst wirklich lieb werden können, wenn wir uns selber lieben. Ich glaube sogar, dass wenn die Selbstliebe nicht da ist, dass es uns auch oft daran hindert, wirklich gesund und voller Energie und auch einfach glücklich in diesem Leben zu sein. Darum habe ich dieses Buch geschrieben, Love Yourself, mit einem ganzen viele Übungen drin, die aber mega einfach sind, die du ganz leicht wirklich in deinen Alltag integrieren. Für alle die, die mich schon kennen, die wissen, dass meine Bücher zwar spirituelle Bücher sind, aber sehr bodenständig und sehr einfach so, dass es wirklich für jeden Mann verständlich ist und umsetzbar ist. Es hat in diesem Buch auch immer wieder Möglichkeiten, die du direkt reinschreiben kannst, wo du einfach deine Erkenntnisse notieren kannst, wo du auch bei den Übungen direkt direkt mitmachen kannst und spannende neue Illustrationen. Für all die, die, die mich gerne mal live sehen wollen, hat mich Weltbild Schweiz eingeladen und zwar am 25. September ins Hotel Arte in Olten und ich werde euch dort mein neues Buch Love Yourself vorstellen. Ich werde euch dort auch ein paar Übungen aus dem Buch mitgeben und natürlich hast du dort auch die Möglichkeit, das Buch direkt signieren zu lassen oder mir ein paar persönliche Fragen zu stellen. Ich freue mich mega, dass mich Weltbild unterstützt und Love Yourself, ich hoffe, es findet auch den Weg in deine Hände hinein und ich wünsche euch allen einen ganz schönen Tag.